Was ist Glück? Glück ist wie ein Lächeln, das dir dein Gegenüber schenkt. Ist wie ein Augenblick, an dem gerade jemand an dich denkt. Glück ist wie ein Leichten, das je in deine Augen glänzt. Ist wie ein Wohlgefühl, das dir die Erwartungen ergänzt. Glück ist wie ein Herzschlag, der plötzlich her springt, weil eine Melodie in deiner Seele klingt.